GrünTec Barracuda Die Barracuda-Handsäge von GrünTec ist mit einem geraden Sägeblatt ausgestattet. Der High Carbon Stahl ist 30 cm lang und die Gesamtlänge der Baumsäge beträgt 45 cm. Des Weiteren ist der gebogene Zweikomponentengriff ergonomisch geformt, wodurch er gut in der Hand liegt. Die Soft-Touch-Griffteile sind rutschfest und die balancierte Konstruktion wird das Sägen für Links- und Rechtshänder vereinfachen. Käufer erhalten zur Asssäge eine Schutzhülle, die mit einer Gürtelschlaufe ausgestattet ist. Dadurch ist es möglich, das Gerät sicher und praktisch am Gürtel zu tragen. Außerdem ist die 296 g schwere Säge vielseitig und flexibel einsetzbar. Das macht das Arbeiten stabil und effizient. Durch die spezielle Zahnung der gelb-grünen Asssäge ist es möglich, 50% schneller zu arbeiten. Durch genau diese Zahnung ist ein sauberer Schnitt möglich, ohne dass es zu Verstopfungen oder Verklemmungen kommt. Dieses wird durch die impulsgehärtete Präzisionszahnung mit einem dreidimensionalen Schliff und der speziellen Zahnanordnung möglich gemacht. Untertitelung des Zahnung 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 des